Wie immer ist ja so eine Figur, die sich eigentlich auch nicht unterkriegen lässt oder nicht kaputt kriegen lässt. Ich mag das, wie die immer wieder aufsteht, auch wenn das natürlich dazu führt, dass sie Dinge durchgehen lässt, die nicht durchzulassen sind eigentlich. Also sie müsste, glaube ich, viel öfter sagen, das reicht jetzt einfach mal, das gefällt mir nicht oder es tut mir weh, wie du mich behandelst. Aber dieses sich immer wieder aufraffen und in sein Zentrum irgendwie kommen und sich freuen, dass die Sonne scheint oder was ist, um das jetzt ganz, ganz simpel zu sagen, sich an den einfachen Dingen freuen, dass man eine Schildkröte im Arm hat. Das ist überhaupt nicht einfach. Wo gibt es die? Oder wenn sie die Ameisen beobachtet oder so alle Tiere, die ihr begegnen. Also eben diese Ruhe, die sie dann auch hat oder dieses in sich sein und ganz in der Welt sein, das gefällt mir. Und davon hätte ich auch kein bisschen mehr. Aber ich glaube, ich bin auf einem guten Weg. Ich glaube, diese Spannung zwischen Susanne Wolf und mir aufrecht zu erhalten und darin so geschützt und gesund zu bleiben, das war schon schwer. Also wir sind uns dort sehr, sehr intensiv begegnet in dieser Zeit. Und sich dem auszusetzen und gleichzeitig sich zu schützen, das war schon eine Herausforderung. Also weil man da, ich glaube, in so einer Konstellation Sachen ganz schnell verwechseln kann. Gerade wenn man sich so reinschmeißt, wie wir beide das dann da gemacht haben. Das war ja ohne Netz und doppelten Boden irgendwie. Ja, das empfand ich als am herausforderndsten. Ja, ganz am Anfang, als wir uns zum ersten Mal nach dem Casting bei der wunderbaren Simone Bär und Alexandra, als wir uns zum ersten Mal danach getroffen haben zu so einem Probenwochenende inklusive Reiten und so weiter, da gab es sozusagen eine Tanzaufgabe von Frauke. Sie hat ganz viel mit Musik gearbeitet und sehr körperlich gearbeitet von Anfang an. War sehr lustig. Wahnsinnig peinlich natürlich auch. Das macht man eigentlich nicht so miteinander tanzen, so am helllichen Tag. Und dann haben wir das so überwunden. Das war ein ganz schöner Moment. Das war sehr lustig. Ich finde, Liebe und Freundschaft können überhaupt nur ohne Abhängigkeiten existieren. Also ich glaube, dass man sich nur frei und auf Augenhöhe begegnen kann, wenn man sich so wenig wie möglich miteinander in Abhängigkeiten verstrickt, emotional vor allem. In jedem Fall wird durch Emmas Augen eine sehr komplexe Person erzählt, die einen fasziniert und ärgert, manchmal abstößt, die einem Angst macht, die man versteht, mit der man Mitleid hat. Also so ist eine ganz, glaube ich, eine ganz vollständige, total vielschichtige Person.